Warum hab ich keinen Job, keine Ausbildung oder Abi gemacht? Sie fragen, warum hab ich mir auch keine Wohnung angeschafft? Sie sagen, ich bin noch viel zu jugendlich, doch was ist, wenn ich Frau und Kinder krieg? Seit 10 Jahren die gleiche Frage, langsam wird's langweilig Was aus mir wird? Was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist 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 Was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist